So, danach können wir Funkturm und wieder Willis machen. So, kommen wir ja jetzt hier. Verkaufen. So. Und jetzt haben wir das hier. Das haben wir ja alles schon. Ja. Missionen auffüllen, auch. Boah, zu viel. Alter Schwede. Das ist toll. So, ich lasse hier eine Kiste, die ich aus irgendwelchen Gründen nie gesehen habe. Alter, manchmal freue ich mich schon so ein bisschen, wenn ich die ganze Zeit da rumballert. Warum sind wir jetzt... Ja, sag mal nix, Alter, du bist da eh sowieso. Dauer drauf, ja. Ähm, guck mal her. Karte dabei. Und was ist denn jetzt hier? Da. Gut. Dann kommen wir hoch. Guck mal, warum komme ich überhaupt so hin? Dann, 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 dann. Schau wie lange kommt man? Dum, 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 dum. So. Das erfrei ich nicht, hab ich auch mal wo man Schneeleoparden finde. ein bisschen eine Mission hatte ich es ja gehabt, aber so ist es genau so ist ein Stein, ich hab schon was das denn da kommt der überhaupt zu hoch hier? ach komm schon, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut, es ist gut oh, alter, schon das ist ja knapp jetzt hier hm, warum hast du denn jetzt hier? hier haben wir das Ding warum können wir jetzt hier den Eingang, Eingang, Eingang finden was soll denn jetzt hier? hier bestimmt schon mal nicht so, hm da wahrscheinlich auch nicht komm ich überhaupt so hier runter was ist denn da? Brief das kann ja unten irgendwo sein so, hier jetzt sind wir hier irgendwo Eingang stimmt da unten irgendwo oh oh, das hier holen wir uns auch hä? so, hier kann ja noch hier irgendwo ja was? so, jetzt sind hier auch so irgendwas so, man kann ja irgendwo hier unten rein, das könnte ich auch wieder gut oh jetzt komm mal schnell rüber, los, 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 raus, hier, raus, hier, raus, hier, raus, hier, raus, hier, blöde Fische, ganz blöde Fische sind da so, jetzt sind wir hier oben jetzt hier oben ja 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 immer ja ja ich so schauen wir mal in die Kisten so, komm mal her, nehmen wir die schon mal mit dir ja ja, komm mal wieder hoch, komm mal wieder hoch so, los, danke, ja, und nochmal runter wegen noch, da ist der, ja, wo ist denn jetzt hier einer so, muss ich noch, ja, komm hoch, los, schneller ich weiß nicht, ob hier irgendwo da oben ist, ne so, ist hier unten irgendwas, da sieht aber auch so gar nichts, ne ist ja total schön echt, ey, komm mal hier hoch, los, mach mal raus hey, so, wo muss ich denn jetzt lang so, wo muss ich denn jetzt lang äh, toll, hätte ich hier auch so schwimmen können, ne muss die Kiste ja irgendwo da oben sein so, wo ist dann der Brief äh, wo ist jetzt der verkackte Drecksbrief äh, ich weiß, wo der wieder hier versteckt ist ach, komm bestimmt irgendwo in der Spalt, ne, pass mal auf so, ne, da komm ich ja da braucht auch nichts hoch, ne ja, na gut, okay, komm ab, nachschauen, wie la komm, ist gut so, wo jetzt ich stehe durch, ja äh äh ja, weiß, wo ich jetzt hier wieder bin so, ähm so, ähm so, trotzdem jetzt mal ja ist das hier so, trotzdem jetzt mal ja so, jetzt hier so, jetzt hier schön hm komm ich jetzt nach Shangri-La, ja ja, 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 ja sagt's denn endlich so, Shangri-La, wir kommen, würde ich sagen, ne bitte so, jetzt das drauf auf so, dann ich Ich habe einen Raksha-Sakashikar gekriegt. Ich habe nur Shangri-La verraten. Ich habe meine Reste aus Shangri-La gebeten. Ich habe mich schulden. So. Was ist hier? Nein. Ich habe eine Bedeutung. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. So ein Tigerchen, mein Freund. Boah, erschreckt mich nicht so. Ich bin ehrlich, der Besucher, ja. So, mach mal sofort, mach mal sofort. So lange hat es kurz hier. Sitz, ja. Was denn? Ich näher mich doch. Ach, komm schon. Das bist du, ich weiß. Was soll ich denn jetzt machen? Ach, komm schon. Ach, jetzt. Ja, nur. Shangri-La, der Bogen. Okay, halt ernst. Die Zeit wird verlangsamt, bis die Anzeige leer ist. Alles klar. Erkunde Shangri-La. Machen wir doch. Ja. Ja, da ist er. das haben wir da ist mein ziel oh oh komm her, tigertje los ja so, wo muss man jetzt hier lang jetzt rühm bist du hin so, ist das wohl noch nicht? ja so, ich will dich einladen, die hause so, hier brauchen wir die Licht so, was haben wir auch? so, was haben wir auch? so 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 jetzt so 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 Hallöchen! Was ist das jetzt hier? Was ist das? Was ist denn so was her? Ich sehe gar nicht richtig was. Komm schon los, komm schon los, jetzt kommt er schon da hoch, Mann, 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 Mann. Das ist ja schlimm mit dir, wie du dich hier anstellst. Was ist das da drüben? So, ich will nur wissen, ob man hier irgendwie was... Gibt ja noch irgendwas oder so. Da stand irgendwas. Da kommen wir, ne? Ja. So. Ach komm schon! Ich wollte gerade sagen, da stand noch Klettern. Ach komm schon! Ach komm schon! Das ist ja auch so schlecht, ne? Ach, wir haben noch eine Suchende gefunden, ist ja schön. Quatsch, wenn hier kommen wir. Was war aber ich denn da? Ne. Ich wollte gerade sagen, von hier kommen wir ja schließlich. So. Ja, wenn wir von da kommen, dann wirst du irgendwas. Aber drüber war trotzdem noch was. Oh oh. Ja. Das war jetzt ganz blöd. Ja. Ich weiß, dass ich den Ziel anweisen kann. Ja. 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 Ser. Ja. Ja. Daraflat. Ja. Ja. Der war schon hierher. So. Gut, der ist nicht über. So. Jetzt. Naja. Ja, und jetzt ist es jetzt irgendwie noch. Hier haben wir was. Haben wir es jetzt schon oder haben wir es jetzt nicht? So, wie sieht es jetzt hier aus? Oh oh. So. Oh oh. Ja. Hä? So. Tschüss. So. Ja, ja. Halt dich mal los. Komm schneller. So. Das. Ich würde mal sagen, du bist Geschichte. Jawohl. Jawohl. So. Oh, noch für Ruhe gesorgt, ja? Schön. Sehr, sehr schön. So. Ich muss jetzt hin. Achso, hier lang. Ah. Nee, die lang. Ah. Ja. Ja. Ja.